So, fertig. Okay, dann Achtung und Ruhe, bitte wieder. Auf Anfang. Und dann schön. Entschuldigung. 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 Das darf so nicht wahr sein. Wir drehen 40 Seiten, jetzt können wir nicht schlafen. Und dann 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 können wir nicht schlafen. Ruhe bitte mit den. Nicht so ruhe. Oh Gott. Danke. Kleine Mal auf Anfang, bitte. Max läuft. Und... Bitte. Kürtel. Kürtel. So, jetzt vielleicht ist die Nettkürtel. Ich muss noch was. Sollte die drei dann praktisch verengen. Somit der Kopf verengen auch. Ja, das wird praktisch auf der Tür, die die Flüge enden. So, geh ruhig hinterher. Ja, genau. Ja, ja, so ist gut. So ist schön. So ist schön. So ist schön. So. Kommt immer drauf an, wo der herkommt. Kürtel. Und Klobe. Und Klobe. Bitte. Hast du schon gedrückt? Danke. So, Drehende. Vielen Dank an alle Kollegen. Ja, die Übernahme dieser Rolle, ja, ist kein leichtes Erbe für mich. Also es ist schon relativ schwierig, da ranzugehen. Einerseits hat man natürlich die Verpflichtung als Schauspieler, diese Rolle nicht zu kopieren, sondern wirklich auch für sich neu, von innen heraus neu zu entwickeln. In so kurzer Zeit, wie das hier beim Dreh abgeht, keine leichte Aufgabe, sage ich mal. Anderer Faktor ist, dass die Familie Heinz Becker natürlich Kult ist. Nicht nur im Saarland, sondern bis nach Berlin. Und wenn man als kleiner Fan dieser Serie dann selbst da mitmachen darf, ist das natürlich auch nicht einfach.